Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei BERKUN. Ich bin unterwegs auf einer wunderbaren Mountainbike-Strecke, quer durch den Bayerischen Wald, auch durch den Nationalpark Bayerischer Wald, und zwar auf der Trans-Bayern-Wald. Wie es auf dieser Strecke so aussieht und was es da alles zu erleben gibt, darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 Der Weg ist echt der Hit. Wunderschön. Aber man kommt kaum voran. und die angekündigte Gewitter kam so schlagartig, wobei hier schaut es noch ganz gut aus Schwein gehabt, das Gewitter ist vorbei Es ist schön kalt Richtig Glück gehabt hier mit dem Hagel, dass ich gewartet habe und da ein bisschen geschützt war in diesem Wäldchen Ein Nebel wie im Herbst Mitten im Bayerischen Wald, da hinten geht es dann weiter, aber nicht mehr heute, sondern morgen Hinter der Kirche, da, da werde ich dann übernachten, ich freue mich schon auf was zu essen und eine heiße Dusche Der nächste Morgen auf der Trans Bayerwald, ich fahre jetzt gerade raus aus Breitenberg Jetzt geht es ein paar Kilometer flach dahin und dann kommt der nächste Anstieg, auch zum Dreisessel Der Blick Der Blick Genau in der Mitte, da ist drei Sessel, aber jetzt geht es hier erstmal weiter ganz entspannt auf Asphalt Und gerade bin ich auf einem wunderbaren Aussichtsgipfel, nämlich auf dem Dreisessel mit einem wunderschönen Blick hier rüber nach Tschechien Ich schwenke mal rüber Ja, hinter mir sieht es ein bisschen kahl aus Das liegt am Borkenkäfer, der hier vor einigen Jahren gewütet hat Das ist alles im Nationalparkgebiet und da wird nicht eingegriffen Deswegen sehen die Hänge hier etwas kahl aus Aber die Tour ist alles andere als kahl, die ist wunderschön Das ist alles im Nationalparkgebiet und der hier vor einigen Jahren gewütet hat Das ist alles im Nationalparkgebiet und der hier vor einigen Jahren gewütet hat Das ist alles im Nationalparkgebiet wird dasy mystery Der b 선, der hier vor einigen Jahren gewütet hat Mr. bored Untertitelung. BR 2018 Da hinten, ganz da hinten, da war ich. Auf dem Dreisessel. Und jetzt bin ich auf dem Heidel oben. Hier ist so ein Aussichtsturm. Ich zeige das mal eben. Und es ist einfach nur cool. Ich bin vollkommen alleine oben. Niemand da. Dafür eine geile Aussicht. Genau über den Gipfeln. Der Blick hinten nach Tschechien rüber. Einfach nur grün, einfach nur Wald. Ein Traum. Genial. Anstrengend, aber super. Genial. 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 Halbzeit für heute. Trinkwassertalsperre Fraunau und jetzt geht es noch weiter Richtung Falkenstein. Da ist er. Der letzte Gipfel dieser Tour. Der große Falkenstein in der Abendsonne. Ich bin ganz allein. Es ist super. Die Tour ist fast geschafft. Jetzt geht es bloß noch runter nach Bayerisch Eisenstein. So, es ist wirklich kaum zu glauben, aber die Transbayernwald ist für mich vorbei. Ich war jetzt insgesamt sechs Tage unterwegs im Bayerischen Wald, aufgeteilt auf zwei Touren. In Bayerisch Eisenstein, da wo ich jetzt stehe, ging es los. Das war Anfang Juni und jetzt ist Ende Juli. Jeweils drei Tage war ich unterwegs. Das war einfach nur super. Ich hoffe, die Bilder haben euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder bei uns rein bei Berghunde. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus! Bis zum nächsten Mal.